Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ARK. Ja ihr Lieben, in dieser Folge wollen wir uns die Geschirrspüler aneignen. Und wir haben zwei wundervolle Objekte gefunden. Einmal ein... Oh Gott, da ist ein Drache. 156, das ist das gute Stück da hinten. Und einmal ein 168. Und ich würde sagen, wir fangen mit den 168 an, weil das... Ja, sieht einfacher aus. Auf jeden Fall, wir müssen erstmal hier ein bisschen blank ziehen und alle Viecher töten. Und es ruckelt gerade bei mir so ein bisschen. Wir wissen auch nicht, wie das ungefähr geht, das Vieh zu zähmen. Wir hoffen, dass es mit... Ich hoffe, das muss man akkritisieren. Oh nein. Nicht, äh, nicht, dass es wie, wie... So, mal rüberkommt. Ah, kommt es mir hinterher? Nicht, dass es wie so ein Tintenfisch ist. Ja, ich habe auch nämlich drüber nachgedacht. Und dachte mir, hm, wie wird das jetzt gezähmt? Irgendwie habe ich das... Warte mal. Erstmal ganz kurz gucken, wie viel brauchen das Teil? 7480 Tonnen. Alter, scheiß die Wand. Ich mache mal kurz zu hinten alles sauber. Nicht, wenn das Vieh, äh, dich hat. Das ist ja eigentlich wie... Ja. So eine Krake. Ein wunderschönes Pferdchen. Da ist natürlich auch, wenn die Bäume kaputt zu machen, dann bleibt es wenigstens ein bisschen hängen. Da hinten ist ein Flugdrache. Ich hoffe nicht, dass der... Och Gott, nicht, dass das schwarze Perlen ist oder so ein Scheiß. Das werden wir auch gleich mal wegmachen. Ich habe schon wieder einen Baum kaputt gemacht. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Oh, ich dachte gerade, was kichert denn hier so komisch? Äh, Tiersaufen, weg. So gut. Dann gehen wir zu Kalypso rüber. Ich glaube, du solltest da mal schießen, damit ich sehen kann, ob das sich da ändert. Aber Topo kriegt. Das Vieh muss auch weg. Ja, ich muss leider erst mal rüberschwimmen. Guck mal. Erst mal hier. Geh ins Uftinus. Oh, ich bin durch Pilze gelaufen. Ich habe einen Schuss gemacht. Und? Entweder macht er da ganz schnell, keine Ahnung, geht es wieder runter? Oder das bringt nichts, aber das ist auch weiterhin auf null. Nein, der hat den Kanu! Das Arschloch! Nein, meine Penelope! Was ist denn das da? Ein Raptor, warte! Nein! Ich bin schon wieder durch Pilze gelaufen. Das ist unser einziges Weibchen mit Kanu. Na, warte, ich habe gerade Treppen. Ich, ich brauche Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ah, ich blute. Ich muss schnell. Was ist doch mal los! Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Ach. Sorry, aber das mache ich nicht mit. Was ist denn dein Kanu? Ähm, Gott sei Dank hat sie so viel Leben. Wie gut runter? Nein. Hat sie gut weggesteckt. Ich aber nicht. Ah, wie macht man bitte? Ich glaube, du musst die füttern. Mit Gilly-Anzug? Vielleicht. Aber mit was? War es Perlen? Vielleicht ein Fleisch? Äh, vielleicht... Was ich auch dabei habe, weil das... Ich habe es gesehen, dass welche das gezähmt haben und die stehen dann da und haben schlechtes Fleisch im Inventar geliebt. Ähm. Ich habe es nicht erkundet. Also, drauf schießen ist schwachsinnig. Ja, aber ich habe... Gut. Äh, ich glaube, die Tee ist auf Leandro wieder auf. Bitches. Oh, was Grünes. Tee ist auf und du hast übrigens ein... ein Fernrohr, da kannst du das Level angucken. Ja, nur weil es Grün ist. Oh, wie muss ich wissen, ey? Ähm. Achso, mit dem Rollrad Sattel, ihr Lieben, jedes Mal, wenn man sich, glaube ich, rollt... Das ist ja nicht so, Leute, Mann, nee. Äh, nutzt sich, äh... Sattel ab. Es nutzt sich ab. Gut, wir haben aber noch das andere. Ja, was machen wir denn? Eigentlich müssen wir wieder zurück und auf die schwarzen Perlen. Oder... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm. Hey, wir führ mich mal nach Hause. Ich mach' einen Test. Willst du mal ein Ego? Ja, klar. Oh Gott, ich muss... Ähm... Haben wir hier irgendwo diese Ekelpflanze? Zustehen. Du bist doch nicht so weit runter. Außerdem ist es keine Ekelpflanze. Ich! Ich bin fast tot. Nicht mal ein Dino, ich! Aber ich weiß nicht, ob man nur Dino... Oder du musst dann absteigen. Wo ist die perverse Pflanze? Das ist keine Ekelpflanze, sondern eine perverse, ja? Einigen wir uns darauf. Pervers. Das wäre ja mal ein Test, um zu gucken, ob man auch als Mensch geheilt wird. Ja, auch richtig. Aber ich... Gut, gut, hier. Könnt ihr? Okay, das ist ein Dumm-Dum. Warte mal, falsche Richtung, sorry. Ich war kurz weg. Gibt es hier nirgendwo eine Ekelpflanze? Äh, eine perverse Pflanze? Wo hatten wir... Wo war denn die? Bei uns in der... Doch, doch, rechts hier, rechts hier. Komm mit. Folge mir. Hier steht die perverse Pflanze. Ding. Na, dann guck mal. Steck mal auch ab. Und sag Bescheid. Ich wüsste mal schwarze Perlen. Ja, schwarze Perlen oder... Vielleicht ist es vielleicht auf die Null und dann... Ja? Ja. Gut zu wissen. Hier unten. Ich muss leben. Ich muss mein Leben hochbekommen. 750, das ist. Du musst dann eh noch mal nach Hause und deine Sachen wahrscheinlich reparieren, ne? Äh, ne, meine Sachen geht's gut. Doch, ich muss sie reparieren. Ach, du kannst mich mal, ey. Ja, die Pflanze hilft. Ich hatte diese, diese, ähm... Kellerwäscher, den hast du unten gesehen. Nö, die waren oben. Deswegen war es auch so gut. Und Sattel ist hier schon angetutscht. Wir müssen echt umziehen. Das ist ja... Duftig hier. Hattie! Ich habe bis jetzt noch keinen weiteren Kranu mit 180 gesehen. Wir müssen auf Penelope so aufpassen. Wo ist ein Tiersaufen? Hier habe ich ein Ei rausgeschmissen, weil wir haben ja die Pisha gekillt und da gab es ein bisschen von diesem leckeren Gift, was die Drachen essen. Aber wahrscheinlich können wir das in die Tonne kloppen, ihr war da runtergekommen. Ach, Tiersaufen ist ja bei mir. Tiersaufen, sorry. Du hast denselben farbigen Dino wie Kalypso. Ist ein bisschen... Verwirrend. Ich nehme aber nur die Hälfte von schwarzen Perlen mit. Soll ich auch weiße Perlen mitnehmen? Mach mal. Perlen? Probieren wir das Ganze. Schlechtes Fleisch habe ich auch. Ich will nämlich mal einen Test machen. Wir machen jetzt mal... Wir testen mal. Achso, nee. Du brauchst ja deine Klamotten noch rein. Ohri. Ohri, ey. Ich muss ja voll krass rein. Gut, äh... Oh man, ja. Ich gucke ja schon rein. Und was hast du hier? Nee, ich will dich nicht in... Oh, schwarze Perlen. Ohoho. Ach, schwarze Perlen. Ich auch. Den Rest kannst du behalten. Warte mal. Das kommt raus. Oh, wer weiß ich noch. Was ist das? Das noch brauchen? Hälte. Hä? Was? Achso. Oh. Oh, da liegt ein Ei. Ja, ich hab's aus dem Dings geschmissen. Nee, ein... Helga hat, glaub ich, ein Ei gelegt. Ähm. Schaut auf, das lassen wir alles drin. Äh, warte mal. Oh Gott. Das wird hart. Wie viel... Ups. Fleisch haben wir denn hier eigentlich. Wir machen einen Test. Lalalala. Oh, da liegt den Kühlschrank da hinten hin. Ruhig. Das aber nicht. Und? An. Ja, das packe ich auch mal rein. Falls ich sterben sollte. Ich mal... von aus. Ach ja. So. Wir müssen halt ausprobieren. Ja. Schade um das Level, aber Penelope ist da in dieser Hinsicht, ähm, wichtiger. Was hätte ich nur ohne Penelope gemacht? Auch zu schade. Das packen wir auch mal weg. Und wir fangen einfach mal... So. Das einmal rüber, das packen wir auch rüber, das auch. Äh. Wo bist du denn? Das lassen wir drin. Ach, du hast denn noch genügend Tier? Oh, das packe ich auch mal hier rein. Also, in mein Kano packe ich alles, was ich habe. Das war drin. Ach, die können wir so... Okay, das... Und wer bist du denn? Mein ganzes Hab und Gutes im Kano. Es darf nicht sterben. Wir saufen. Schreib dir das hinter deine Löffel. Es darf nicht sterben. Ach so, warte mal. Ähm. Ach, nö. Wo packe ich denn das hin? Nein, Mann, Kano, du... Nein, 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 nein. Haltet das Schaf auf! Haltet das Viech auf! Es hüppelt weg! Bleibst du hier! Du bist so fein, dieses dumme Vieh? Pepper. Ähm, weil Pepper vielleicht gepfiffen hat, als mein Pinotipri in Not war? Ich werde jetzt sterben. Für euch! Für die Wissenschaft! Alter! Oh man, ey, wir müssen echt umziehen! Ja! Überall wird man geschoben. So, ist jetzt alles weg? Ich hab alles weg! Party! Wieso sitzt du denn jetzt hier? Bist du dumm! Okay. Haben wir alles? Ich glaube schon. Gut. Ähm... Nee, kommt mal mit hier lang. Kommt mal mit hier lang. Hättest du das nicht eher sagen können? Naja, der Weg ist da zu weit. Für den Test. Achso. Wollen wir noch viel lang gehen. Ach, willst du so ein Low-Label machen, oder wie? Jo. Der auch wieder war. Erst mal ein Low-Label gucken, wie das funktioniert. Aber ich denke mal, der muss sich in der Schere haben. Und du musst dann irgendwie versuchen, Seinen Mund. oder so, oder irgendwie zu drücken, oder so. Keine Ahnung. Oder man muss sich erst mit dem Gilly anschleichen. Gilly hab ich auch schon an. Mein ganzes Hab und Gut ist in meinem Kano. Also passt. Auf. Nämlich, ähm... So lange, wie er Penelope drin hatte, hat er sie kaum verletzt, irgendwie. Ja, aber mich macht er nackig. So, hier muss erst mal alles weg. Bist du ein stolzes Männchen? Nö. So, was ist das für ein Level? Lass es ein Low-Level sein. Ist ein Low. Achso. Willst du mich verarschen? Was? Ich will 168, danke, T-Saufen, dass du mir wieder vor deine Linse hängst. Ist nicht dein Ernst. Jetzt hängt hier ein 168er rum. Jetzt will man mal ein dummes Low-Level haben und jetzt kommt nur noch... Dann müssen wir... Dann laufen wir weiter. Jo. Bam, 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 bam. Hörst du nur, ey. Hm. 168. Holen wir uns dann, wenn wir wissen, wie das mit so einem Low-Level klappt. Ich hätte gern so ein 12er oder so. Alter, was war ein Disk gerade für einen Soundabgang? Oh, ich hatte so viel an der... Und, Level? Alles klar. Ich gehe rechts, danke. Nein, hör auf, das... Oh, ist das schon gekillt. Und raschlich. Dann aufhören, die kleinen Hoodies zu essen. Wird so ein Akutisier. Da ist noch ein Becher hier. Alter, gar nicht... Das habe ich gar nicht gesehen. Level... 54. Ich gucke mal nach den... Spino. Au! Au! Du dummer Scheißgäfer! Was will denn das vier von mir? Kakino 156. Ernsthaft? Ey, jetzt kommt die... Wenn man mal... Das Spiel weiß ganz genau, was man sucht. Und was kommt denn? Nicht. Der ist an Land, der ist an Land drüber. Spino! Bitte den Spino! Einer soll rüberkommen und mein Kano anpfeifen. Mein Gott, das ist ab und gut. Wo schwimmt er denn hin, du? So toll! Aber es hat auch keine Anzeige, wie... Packe was und daran im Wind. Da! Na vielleicht erst, wenn du in einem Schnabel hockst. Guck mal, du solltest nicht gerade unter ihm stehen. Dann nimm mich doch mal! Was isst du denn? Ey, weißt du, was doof ist? Was? Ich hab meine Pieke ausgepackt. Heißt! Nee, oder? Befreit mich, befreit mich, befreit mich, befreit mich! Okay! Du kapierst nicht! Es war nicht angezeigt! Oder weiße Perlen? Es stand ja nichts! Es steht nichts da, wie Pocke in sein... ...und mache... Na, hier haben wir jetzt eigentlich freie Bahn. Und das Vieh ist gleich eh tot da hinten. Wir müssen Low-Level haben. Gut, dann gehen wir weiter. Das Vieh ist nämlich, glaube ich, gleich tot. Ja! 56 ist tot. Hat denn der so viel Sch... Dann Krokodil. Oh, die Krokodile nerven. Die kommen wahrscheinlich nicht hier ran. Warte, wir können auf der anderen Seite gucken. Ola brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Pardon. Nackig. Level 24? 3... Level 12 hätte ich im Angebot. Level 12 ist cool. Level 12 ist cool. Wo habe ich meine Schuss, ihr Lieben? Ich sehe meine Schuss nicht. Wo sind meine Schuss? Wo sind meine Schuss? Meine Schussmehl? Ach, die sind schon drüben. Oh, sagt's mir doch, ey. Wir gucken gerade, ist klar im Vorteil. Moment mal. Oh, Moment. Ach, du hast... Einer muss drauf schießen und einer muss gucken, ob sich da irgendwas am Topper tut. Diesmal kommt Penelope nicht mit. Ja, Tese auf, ich habe das Honig-Ding schon gesehen. Wow, kein Honig mehr. Wo hast du den 12er gesehen? Da ist der 12er. Hier vorne? Der hier? Nein, der da hinten. 24. Da hinten ist ein Spino. Was für ein Level? Spino 12? So. Hier saufen, pfeifen wir mein Dings an und jeder, du guckst auf seinen... Torper. Torper, okay. Äh, jetzt muss ich aber gucken, ob ich den treffe. Ähm, hier schwimmen Krokodile rum. Echt? Ja. Naja, sie greifen nun erst. Komm her. Da kommt ein Feind. Oder auch nicht. Echt jetzt? So. Dann umentscheiden. Nein? Okay. So vielleicht? Ich bin zu weit weg. Na, dann lass uns näher ran. Ah, jetzt sehe ich ihn. Jetzt kannst du schießen. Ja, es war zu weit oben. Ja, fast. Er ist zu weit oben, oder was? Das war zu weit oben. Ja, das war betroffen. Nee. Wurde sich nichts? Absolut gar nichts. Hä? Absolut gar nichts. Oder wir müssen ihn irgendwas, äh... Darbieten? Darbieten? Was verursacht, äh... Wie kann man den narkotisieren? Also, Torper hat der ja. Vielleicht muss man den auch gar nicht narkotisieren. Wie... Wie... Bekommt... Die Leute haben auch Torper und die müssen nicht narkotisiert werden. Wie bekommt man die hin? Ich dachte, das war gut. Äh, Tier ist auf dem Rückzug. Und dann? Keine Ahnung. Musste gucken. Ich hänge. Ich hänge nicht mehr. Was... Was ist denn? Vielleicht eine Kotte? Ist das ein Steinchen? Es hängt. Vielleicht Ekefleisch? Hatte ich ja auch gewechselt, während... Hast du es auf Null gepackt? Oh. Aber es steht hier auch gar nichts. Ich lege... Alter, ist das fast... Wie ein Horrorfilm. Wieso ist denn das... ...viele jetzt da drüben? Ich weiß es nicht. Es mag mich nicht mehr. Das ist ein... ...Gorantenschwein. Also, Torpor bekommst du nicht runter. Das muss... Ich wollte gerade essen, ey. Das muss irgendwie anders gezähmt werden. Fisch? Alter, ist hier gerade ein Leck? Fisch? Ich habe ein bisschen Fisch drin. Da kann man die... Ach, die weißen Perlen kann man gar nicht in den Slot ziehen. Alles klar. Weiße Perlen sind es also nicht. Nanananana. Das große Rätselraten. Musst du hier bei den roten Pilzen stehen? Also, weiße Perlen können es nicht sein. Vielleicht ist der auch Narkotik? Vielleicht ist der aber auch so ein Gift, Gas, Bälle, Dütz. Das könnte es ja auch sein. Ich würde es... Oder er ist tonig. Manu! Oder er ist Pilze. Man, ich würde es jetzt wissen. Äh. Müssen wir mal nachgucken. Pass auf. Ach! Alter! Ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade so hart erschrocken habe. Alter! Und ihr sagt doch, pass auf! Es kam so schnell an und dann war es ja schon Saat. Ich weiß ja auch nicht. Guck mal, was da ankommt. Ich wette, das ist irgendwas anderes hier. Was wir noch nicht kennen. Ich muss mal... Ich... Nein, nächsten Folge wissen wir es. Haha! Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich gerade. Es freut sich! Es kommt zu uns! Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es irgendwas in den Händen haben muss. Sonst wäre ja Penelope bei dieser Akzent... Naja, eigentlich nicht. Er kann ja Dinge in die Dings nehmen. Hola! Bin ich unsichtbar? Hallo, ich habe kein Gideon. Und er ist nicht aggressiv. Jetzt ist es aggressiv. Doch nicht. Es hat sich gefreut. Was will das? Was willst du, du... Nämliches Kettier! Ich will nicht wiedergenommen werden. Nämliches Kettier! Nämliches Kettier! Zeig das denn hin! Ey, aber da... Müsste doch dastehen, Espel! Ich meine, keine Ahnung. Ziehe! Und so. So wirklich aggressiv ist es? Dumme Ding nicht. Hm? Ich habe das Gefühl, das kommt direkt hart auf mich zu. Ja! Nein! Ich habe doch gar nichts gemacht! Soll ich mich hart narkotisieren, dann saugt es mich aus? Soll ich hier Pilze? Soll ich hier im Pilztausch sein? Hier, Jätze vielleicht? Du sagst einem, ne? Das lässt dich los hier. Fälcht. Okay, machen wir total falsch. Ja. Okay. Töten! Du musst ansagen. Ja, töten. Tee saufen. Ey, du kommst immer, wenn die Action vorbei ist. Nein, da brauchst du auch nicht beißen. Nein? Ist halt so. Ich glaube, wir müssen nochmal recherchieren. Krokko, Krokko! Ja, Tee saufen. Ach, Tee saufen. Kommt her! Happy, happy! Ja! Ja! Ich glaube, ja. Gucken. Wir brauchen so ein Vieh, oder? Ja, wenn wir tiefer wollen. Das sind wir doch so schön hoch. Hm. Gut, dann würde ich sagen, wir werden hier erstmal einen Cut machen. Und nachgucken. Das ging kräftig in die Hose, aber wir wissen nicht, wie wir die guten Dinger ziehen können. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao! Ciao!